Burst Modus, wer macht denn so'n Scheiß? Also wie hab ich mir eigentlich einen Quad gespawnt und renn das jetzt? Weil's nur noch 300 Meter sind. Stimmt auch wieder. Schau mal, ich guck mal, wenn ich in das Haus rein. Ah da. Ah nice. A-R-C-O. Lacker. Schweine Lacker. So, was haben wir hier? Safe Zone? Wie viel Kohle haben wir? Was? 20.000. Ist im Safe, oder? Ja, 500 hab ich schon geirnt. Ja, kommst jetzt mal her oder ich will ja nicht noch weiter die Waffe ausbrüten. Ich brauch halt ewig, was soll ich machen? Ja, du lootest irgendwas, ich seh ja, dass du nicht näher kommst. Das ist ein Gelaber, das war leck. Alter, wie das Video vor. Also die Musik ums 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 ums. Und die heizen so drüge und jeder weiß, okay. Das ist geil, das kann so immer vorbei sein. Vor allem der eine, so, wo der hohe Ping hast du schon voll hinten hergeshakt. Und da waren die Ping 1000. Ach so ein Ding. Besschen. Hast du auch dein Ding im Ghillie? Oh shit. Schon jemand getötet? Nein. Ich habe vielleicht geschossen. Wenn du dich jetzt endlich mal hierher bewegst. Alter. Ja, Alter. Kann nicht fliegen. Ist schon im Hangar drin? Ne, dahinter. Ja, Alter. Machst hinter den zwei durch. Jetzt kommst du her, aber wirst kurz vor mir weggesniped. Dann hab ich Angst, Alter. Chris Demon Overdosed on Armor Features. Wurstig. Wenn du wegen irgendein Scheiß explodiert hier. Kannst du deine geile Pumpgun behalten. Alter. Oh, warte mal. Capture Point. Wo ist Capture Point? Ah, Bravo CP. Viel zu weit weg, Alter. Okay. Müssen wir weiter looten, oder? Ja. Müssen wir mal ein bisschen Shit haben. Alter, voll das dicke Scope, Alter. Alter, schliess Scope drauf. Hab doch gesagt, ich hab ARCO gefunden. Achso, ich hab grad gedacht, ich hab vergessen abzubauen. Ich hab dir Waffe mit Scope gegeben. Alter. Liegt doch mal ein Scope. Was? Und Night Vision Googles. Night Vision Googles. Was liegt hier hinten? Weg. Alter. 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 Der Geld ist nicht direkt alles weg. Alter. Das hat sogar ne geile Busch gegeben. Ich wollte dir wenigstens etwas lassen. Ah, ich hab ein EMS sogar. Alter. Willst du das ARCO hast schon Scope? Nee. Komm nochmal her. Vielleicht kann man die Tür... Wegschwingst ARCO. Alter, dein Gehlich sieht richtig schwuggelig aus. Alter. Ja. Guck mal hier. Vielleicht passt das bei dir auch. Vielleicht brauch ich weggegangen. Naja. Alter, echt? Nein. Ah, das Scope ist fett. Hast du grad Schritte draußen gehört, oder war das hier drin? Ahnung. Wenn du stirbst, vielleicht nehme ich dein Gehlich. Du aimst jetzt immer so auf mich und warte ich bis ich... Oh! Hinten? Von wo? War auf jeden Fall ein unüberlegter Schuss, oder war der nah bei dir? Oder nicht auf uns? Nee. Vermut mal in dem Gebäude. Mit den vielen Fenstern. Oder im... Oder hinter dem... Wo bist denn du? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite von der Putze. Du musst nur achten jetzt nicht, dass der hinten aus dem Haus rausgeht und dann... Kann er hier rein, oder? Nee, wir können nicht hier rein. Hier rein. Hier rein. Ich geh mal links von dem... Lass mal da rein, oder? Und dann gucken. Alter, was liegt hier? Oh. Oh. Eine LRA. Was für dich? Ja, Mann, ich komm gleich. Ich versteck mich so lange in dem Gebüsch. Komm, der Gegnerspieler hat so einen scheiß Low-PC, dass das Gebüsch gar nicht angezeigt wird. Alter. Nee, ich hab schon ganz niedrig, das Gebüsch ist da. Okay. Ist das drinnen? Nee, hier draußen, direkt bei mir. Alter. Kann man doch nicht rein. Boah, shit. Obwohl ich gleich, ich glaub, meine... Naja, die LRA ist halt... Der Scheiß halt... Der verzieht die Waffe... Da kann man eigentlich nicht in den Krieger rein gehen. Reingehen? Ich glaub, das schießt er safe in den Krieger. Naja. Du kannst irgendwie drauflaufen, aber... Ist nicht so trusted. Alter, wo hat er jetzt geschossen, der Geier? Der bestimmt nur einen Schuss in der Waffe gehabt. Hör nur, wie deine Schrippe so dick 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 dick. Dann lass mal in die Richtung laufen, da hinten rum. Vielleicht hängt er da irgendwo rum. Oh, das ist ne richtige Sau, wartet jetzt in dem Haus, bis wir so reinkommen. Alter. Schüsse! Ja, aber nicht auf uns, oder? Nee, der kam auf jeden von Norden. Beziehungsweise hier die Richtung, in wo du läufst. Naja. Aber nicht so arg weit weg. Nee, nee. Irgendwo aber erhöht, gell? Mhm. Vielleicht bei nem Turm. Komplett außenrum, oder willst du hinten rumlaufen? Nein. Ich wollte nur kurz mal hier gucken, was da hier überhaupt vermögen... Holy! Irgendwo? Oh, shit. Aus der Stadt irgendwo. Ja. Hinter uns, hinter uns, oben! Tot. Ja, Alter. Haben die jetzt zusammen gespielt, oder war das Glück, dass die uns jetzt so getrasht haben, Alter? Weil den einen hab ich auch gesehen, der war vorne aus den Häusern, hat auf mich geschossen. Und in dem Moment kommt der aus dem scheiß Haus raus, kannst du mich nicht erzählen, Alter. War, glaub, kein Zufall. Vor allem, Alter, ich war so out of position einfach. Ich hab den so nicht getroffen mit meiner Waffe. Ja, ich auch nicht, Alter. Ich hab halt draufgerotzt, im Stehen, mit der Waffe. Kannst dir vorstellen, wie ich getroffen hab. Ja. Jetzt haben wir noch mal bei Lothar. Und uns die holen. Ja, ja. 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 Ja.